Topfgucker TV empfiehlt. Hola und herzlich willkommen an alle Topfgucker da draußen. Wir sind hier auf der Gewandhausstraße. Ich bin Jens Smith, Inhaber und Geschäftsführer vom Restaurant Tex-Mex Santa Fe. Ja, wir sind ein mexikanisches Spezialitätenrestaurant und begeistern unsere Gäste täglich mit frischen mexikanischen Spezialitäten. Ein Klassiker davon, den kennt wohl jeder von euch, das Chili Con Cana. Wir wurden sehr, sehr häufig angefragt, wie es zubereitet wird. Und das zeigen wir euch heute, beziehungsweise unser Küchenchef in der Küche.